ladies and gentlemen herzlich willkommen hier ist euer zuselbart mit planet crafter was ist planet crafter planet crafter auf einem planeten geschickt wirst und ihn terraformen muss ich habe da schon mal einen live stream gemacht also für die die es gesehen haben mit dabei waren wissen was los ist wir fangen neu an wir machen den spiele modus natürlich erst mal standard weil ich bin einem live stream noch nicht fertig also von daher und ja wir lassen uns einfach mal so an der paket ich mal sagen gut also unsere aufgabe ist diesen planeten ein wohnbad zu machen gut wo sind wir gelandet okie dokie so wir haben jetzt mehrere sachen zu erledigen wir haben hier einmal unseren sauerstoff unser wasser und weltraumnahrung diesen samen den brauchen wir dann später okay aber jetzt brauchen wir erstmal eine hütte das spiel ist echt leider nicht was mir hier zu tun haben oder so also wir haben wohl die hier oben links die ersten schritte aber zum bauen zum bauen zum beispiel wenn man was bauen wollen bauen ist kuh es sagt das spiel nicht aber hier aber zum herstellen einige sachen rucksack sauerstoff tank licht was zum zerlegen und konstruktion dass man das bauen können also wir brauchen jetzt erstmal silizium und magnesium um das zu bauen das heißt 22 dann haben wir hier 33 und hier 35 45 genau also 45 wir mal silizium fünf mal magnesium 1 1 2 2 3 3 und wir sind schon voll ja genau und stimmen wir haben ja wenig platz ok wir haben jetzt unsere ersten chips einmal einmal die bauen dann mir hier ein und jetzt kann man herstellen jetzt kann ich drücken und wir haben hier so einige schönen bauteile die man dann machen kann wir brauchen aber erstmal zweimal eisen genau dreimal eisen zweimal kobold noch wir nehmen aber dann hier noch das magnesium mit der live stream mal wieder so geil und das spiel hat so viel spaß gemacht dass ich gesagt habe ich muss es ich muss es let's play ich muss das spiel ist einfach so genial ja es ist halt nicht action basierend das mod mäßig irgendwas passiert irgendwelche dino direkt greifen dich an oder sonst irgendwelches gedönse das hast halt leider nicht hier das ist halt einfach nur ein chilliges bauspiel wie minecraft naja naja ne ganz wie minecraft in hast du auch merkt action wir haben da hinten ein container cool das sind auch geile sachen meistens drin oh ja und auch noch ein eisen wir brauchen auf jeden fall ein neues gebäude und ich möchte gerne aus dieser schlucht raus weil ich brauche eine große ebene was hier und wir brauchen titan haben keinen titan kann titan okay wir machen jetzt erst mal so dann brauchen wir noch mal titan sauerstoff niedrig bei uns ein kleines habitat und da packen wir mal alles rein was man gerade nicht brauchen so dann brauchen wir jetzt das alles was hier da unten noch drin ist mal raus ja ja warnung nicht genügend energie einer nicht eigentlich den eisen silizium ok jetzt sowieso gesagt wir machen hier unten wir holen hier unten alles raus was wir zu haben das heißt wir brauchen wieder großes lager wo man dann wieder unsere ganzen sachen reinbacken können was mal zu brauchen nicht genügend energie ach mal irgendwo hingestellt ok wir brauchen das eisen was mir gerade gebraucht hätten das ist unser konstruktor hier können wir dann diese erweiterten sachen bauen exo skelett das ist auch gut dass das kommt doch das kommt doch wie gerufen es kommt doch wie gerufen das brauchen wir auf jeden fall das exo skelett exo skelett hat die schöne eigenschaft dass man mehr machen wir jetzt das da mal raus mehr slots bekommen um mehr sachen aufzunehmen gut müssen auf jeden fall exportieren wir sammeln jetzt erst mal eisen um ein wunderbares fundament zu bauen hätte ich gesagt aber zuvor erhöhen wir unseren sauerstoff output brauche ich magnesium und kobold damals mal kobold magnesium haben wir hier drüben bei 100 ist halt echt mager so 145 nicht schlecht okay wir brauchen viel eisen ich sollte aber mal sauerstoff herstellen was brauche ich für sauerstoff kobold okay wir nuggeln jetzt hier das ganze tal er hätte ich gesagt ganz klar und man nicht so gleich vor der haustür dann nichts mehr haben ja klar wir müssen so dazu hier den ganzen platz machen für die ganzen gerätschaften was mir da so nach und nach brauchen um terraforming anzufangen ganz logisch okay einmal eisenbraumer ja wir haben genügend sauerstoff zweimal eisen für einen tisch glaube ich sollte erst mal die ganze ganzen innenausbau erst mal machen also mein tisch aber mal dreimal eisen noch mal dreimal silizium noch mal und jeweils von den anderen also dreimal eisen brauchen wir noch mal noch mal halt was mache ich denn ich will doch das im tal weg bauen das hätten wir das hätten wir ein kobold brauchen das hätten wir und jetzt brauchen wir noch mal zweimal eisen einmal zweimal wenn man schon mal das grundlegende in in unserer bude schon mal haben dass wir wissen um was es geht geht so so halt halt nennen bau mal jetzt einfach mal ein das brauchen wir haben silizium vergessen kann man nochmal einmal silizium aha wenn wir da jetzt brauchen wir noch einmal eisen einmal silizium einmal eisen hammer einmal silizium und schon wieder kein strom also was habe ich denn da gebaut wir haben einmal die komplette übersicht und unserem planeten das heißt sauerstoff wärme luftdruck das sind die ersten parametre die man so brauchen diese dinger erzeugt man einmal durch die heizung durch die veggie tubes und durch den bohrer diese drei dinger und dann steigt es auf hier hat man baupläne je nachdem wie viel man von diesem terraforming zeug hat haltet man natürlich dementsprechend was frei ganz klar ich würde jetzt eher mal so richtung ja wir brauchen einmal luftdruck auf jeden fall es geht natürlich so ja und hier haben wir unseren strom das immer was man hat alles eingebaut haben was strom verbraucht was wir strom herstellen ist halt noch gar nichts 2,4 kilowatt wir brauchen einmal das einmal das immer in das tal und saugen erstmal leer weiß gar nicht ob das respond und fragt mir das da mal an was brauche ich dafür um den zweiten rucksack herzustellen rucksack 2 300 ok 300 eis eisen 300 dieser kleine tube da stopft man solche dinger hier rein erzeugt sauerstoff 0,15 es ist ehrlich gesagt nichts ist es absolut wirklich nicht aber wir produzieren hat schon was jetzt brauchen wir den bohrer die tarn und eisen wir haben hier zweimal titan mal gucken was man noch alles finden diese bohrer tun gase freisetzen bei ihrer arbeit und diese gase erhöhen den luftdruck witzigerweise sonst noch was wir haben noch zweimal platz dann nehmen wir das mal gleich mit lieber dabei haben als dann dastehen und unsere bohrer hier können wir bauen geht der strom aus das heißt dann brauchen wir da solche wind to pin ja guck anders in der kiste ich habe iridium gefunden es ist ja geil immer iridium braucht man für die heizung ich kann eine heizung ich kann eine heizung bauen geil habe ich mir gedacht dass eine nicht reicht und jetzt steigt unser ti wert wieder also terraforming müssen auf jeden fall die kiste dort noch mehr machen als die riedium drin das heißt wir können unsere erste heizung bauen bewärme da ja da ein voll miss und haben auch noch mal das war unsere erste heizung es gefällt mir da geht der strom gleich wieder aus und wir brauchen silizium dauerstoff tank zwei haben wir gekriegt ist doch schön das kommen rein dass das dass das wir brauchen um die heizung zu bauen habe ich es nicht gesagt jetzt geht der strom gleich mit aus dauerstoff tank 2 aber noch einmal titan sagen und schon noch mal 200 hier haben wir sauerstoff luftdruck weil wir hier unsere bohrer gemacht haben haben jetzt schon 108 npa nanopascal wahrscheinlich da schauerstoff steigt auch so ganz langsam wir haben ja bloß eine wir haben jetzt 164 wir brauchen 300 für den rucksack also die hälfte haben ja schon ist doch geil ich hätte gerne wenn es geht da bauen wir dann unsere unsere basis drauf mache ich das mit mehreren abteilen somit tür hinten raus und in die nächste tür rein oder so ich weiß es noch nicht mal schauen vielleicht krassen wir jetzt erst mal den rand wir haben unseren rucksack gleich wir sind bei 260 terraforming das ist so schön der anfang geht immer recht schnell aus der party auf weil ich sag gut kann man noch irgendwas schönes bauen das kann man nicht bauen weil das haben wir nicht aber unseren rakt unseren rucksack okay jetzt müssen wir mal gucken erst mal alles frei noch rucksack raus wir brauchen eisen silithium titan also weil wir jetzt die kiste gebaut haben ist unser eisen flöten gegangen gucken wir mal doch mal hier und mir hier spontan eisen finden wohnabteil fenster ja wir machen wir machen die budi richtig schön dann aber die bereisen wir jetzt dann wieder ab so und wohler wir haben wieder unheimlich viel platz sauerstoff 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 okay wir brauchen einmal eis und dann einmal was zum essen aber ich könnte ja hier flaschen er hat gesagt wir haben ja hier ein raumschiff und wir haben da hinten ein raumschiff ich hätte gesagt wir nehmen das raumschiff weil das amnächst dran ist aber nicht so weit zum laufen würde ich sagen mal schauen was uns erwartet da haben wir schon mal eine kiste wunderbar wunderbar da ist uran drin immer noch mal drei kisten ich bin aber voll okay das kommt gerade recht und dann kann ich nämlich da hinten ein chip mitnehmen aha die chips schalte ein paar sachen frei für seinen anzug mal schauen was mit diesem mal kriegen so beweglichkeitsstiefel abbaugeschwindigkeit ok für die stiefel brauchen wir aluminium hammer rinder abbaugeschwindigkeit ja gut wir haben uran das ist ja mal geil drei mal 200 prozent ok es wird langsam zeit hast mir echt expandieren wollen wir den rest um schützen fest wie man so schön sagt ich werde definitiv dieses let's play so wenig karten wie möglich wenn ich meinen hustanfall habe oder sowas das mache ich dann raus aber ansonsten will ich das eigentlich nicht karten es ist schönes eisen das kann man gut gebrauchen es kann man halt leider alles nicht weg machen alle das ist eine riesen heizung aber was hat man hier oh mein gott ernsthaft du für iridium ok wir müssen nochmal rein ja anfangs ist es immer ein wenig nachteilhaft weil man halt wenig platz hat da muss man halt öfters laufen es wird bei dem bei dem da hinten recht schwierig weil es hat auch so viele kisten drin und da müssen wir bestimmt auch mal so fünf sechs mal laufen das war knapp hier brauchen wir 2,5 k terraforming das sind wir noch weit davon entfernt ok kisten kann man leider nicht aufeinander stapeln oder geht nicht und die nächste kiste voll einmal eis bitte los geht's auch zur letzten fuhr schön das spiel ist wirklich geil kann man nichts sagen ich wollte eigentlich schon immer mal so ein terraforming spiel haben aber ist halt immer schwierig weil die meisten ja wenig komisch aufgebaut sind zum beispiel du brauchst so ein harvester oder so heißt der einfach mal so schnell über den planeten drüber ranzt und dann ist er schon grün das ding ach schau an die kiste jetzt bin ich mal gespannt wir haben das gerade eben abgebaut ernsthaft immer wenn ich weit genug weg bin sind die dinger da das würde heißen die kiste im tal müsste jetzt auch wieder da sein ich finde es ein bisschen blöd dass die kisten mit der naja gut die kisten ok ja dass die wieder da sind ist jetzt nicht so tragisch ist jetzt nicht so tragisch wenn die kisten wieder da sind das passiert wenn man das falsche ding auswählt so mikrochip kompass ok solarkollektoren ja geil das ist gut solarkollektoren sind gut also wenn die kisten immer immer spawnen ist jetzt nicht so tragisch weil du kriegst da nur eisen raus aber wenn die heizungen ständig spawnen das ist halt jedes mal immer 223 iridium das ist halt naja schon ein bisschen suboptimal aber jetzt haben wir solarkollektoren so kobold erstmal kobold sammeln 1234 ok wir können vier mal das bauen das heißt wir brauchen jetzt vier mal eisen und vier mal silizium 1 2 3 4 1 2 3 4 ok solarkollektoren kommt die baumer komm mal hier oben hin jetzt kann man die weg machen brauchen wir nicht mehr erzeugen was erzeugen die 1,2 weiß und wir haben hier solar kollektoren die sechs erzeugen davon haben jetzt vier stücke 65 und einmal vier stücke aufgestellt also wir haben jetzt 21,15 kilowatt pro stunde überschuss silizium iridium da haben wir iridium silizium iridium wenigstens eine heizung kann man noch bauen kann man die stämmer schön ineinander jetzt haben wir mehr wärme das ist immer gut luftdruck ja okay halt mal eisenbraumer eisenbraumer jetzt haben wir jetzt mal das ganze eisen ein was wir jetzt so gefahren haben aber wie brauche ich dafür dafür brauche ich auch reisen machen es sollten wir ich wollte gerade sagen aluminium brauchen wir nicht das eis da war es eis 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 magnesium wir wollten uns mal ein paar dubs erst mal jetzt muss erstmal gucken wo ich die hingehabt die brauche ich erstmal weil wir haben jetzt hat sauerstoff 0,15 auch mal das rein auch ich das rein auch mal das rein 1,05 es ist schon mal ordentlich wenn man natürlich dann die ganzen anderen tubs haben die etwas größeren was ich da gesehen habe hier zum beispiel den 3 jahr da schießt es garantiert noch weiter in die höhe aber immerhin jetzt du mal ordentlich sauerstoff machen jetzt wollen wir erstmal eine leiter wunderbar wunderbar gleich mal mitnehmen immer ach nein scheiße die war ja schon will ich okay also dann wollen wir titan wenn man titan hatten wir hier gleich ich lasse hier aber von hier einmal platzfrei es ist einfach nur bewegung titan und silizium aber titan damals silizium und wir brauchen wasser und was zum essen undigmund mitnehmen ja ja jetzt sowohl ja das wir haben aber viel titan mal wenig essen natürlich nach hinten brauchen wir das halt auch ganz klar wir gucken jetzt mal wo man jetzt noch eisen herkriegen halt hier am stein habe ich doch letztens eisen gefunden ja da da ist das erste wir bleiben noch wir fahren jetzt erst mal eisen ganz gezielt eisen und nichts anderes und zweimal kommen wir noch ich sehe wir sind schon am ende der folge angekommen meine lieben dauerstoff niedrig ja gleich gleich dann sage ich schon mal ich bedanke mich fürs zuschauen ladies and channel man wir sehen uns in der nächsten folge habt noch einen schönen tag tschüss euer sausel mit dem schönen blick auf das gebäude hier so 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 so